Buchhaltung! Der Scheiß nicht filmen, oder? Focken, du warst! So dreht, Steinmann! Ich muss nicht filmen, oder? Ja. Das ist ja nur für mich. Nur für dich. Wenn ich arbeite, ist ja gut, weil das der Arbeitertut ist. Das ist die Julia. Ja. Hast du gesehen, was daheim wird, machen wir die Proben? Dann fällt da, dann kann ich alles ausreißen.